Durch die Lektion 216 werden wir erneut daran erinnert, dass wir keine Körper sind, sondern frei, denn wir sind nach wie vor so erschaffen, wie Gott uns schuf. Und nur mich selber kann ich kreuzigen. Wenn du dies gründlich verstanden hast und dir dessen voll bewusst bleibst, wirst du nicht mehr versuchen, dir zu schaden oder deinen Körper zu einem Sklave der Rache zu machen. Du wirst dich nicht selber angreifen und du wirst verstehen, dass einen anderen anzugreifen nur heißt, dich selber anzugreifen. Du wirst befreit sein von der wahnsinnigen Überzeugung, dass einen Bruder anzugreifen dich selbst erlöst. Und du wirst verstehen, dass seine Sicherheit die deine ist und dass mit seiner Heilung auch du geheilt wirst. Nur mich selber kann ich kreuzigen. Nur mich selber kann ich verletzen. Nur ich selbst kann mir schaden. Nur ich selbst kann mich unglücklich machen oder traurig machen. Und schon vielleicht hast du Gedanken, wo du sagst, aber nein, hier oder da ist es nicht so. Vielleicht möchtest du das einfach mal bejahen. Die ganze Lektion bejahen. Widerstände, aber Glauben und dergleichen mehr bringen wir ständig hinein. Doch wenn uns Jesus sagt, dass nur wir selbst uns verletzen können, dann glaube ich das. Also ich habe diese Erfahrung oft genug gemacht. Nur ich selber kann mich angreifen. Niemand anderer greift mich an. Das bedeutet immer, wenn ich mich schlecht oder traurig oder verletzt oder gemobbt fühle, das habe ich mir selber angetan. Was ich gebe, empfange ich. Und das ist die goldene Regel. Nur was ich in meinem Inneren fühle, kann ich sehen. Nur solange ich an die Vergangenheit glaube, kann ich sie als Wahrheit erachten. Nur dann ist sie für mich wahr, wenn ich daran glaube. Und solange wir uns an die Vergangenheit knüpfen, solange verletzen wir uns. Gestern Abend zum Beispiel ist mir ein Bild in Erinnerung gekommen, oder mehrere, wie mein Bruder mich in meiner Kindheit verletzt hat, manipuliert hat, missbraucht hat oder ähnliches. Und wozu sind diese Bilder da? Sind sie da, damit ich dieses analysiere? Damit ich dieses bestätige? Damit ich mit diesem irgendwie bin, um mein Opferdasein zu bestätigen? Oder tauchen sie auf, um diese dem Heiligen Geist zu übergeben? Für mich hat das natürlich nur einen einzigen Sinn und Zweck, es sofort dem Heiligen Geist zu übergeben. Sodass ich bemerke, dass die Vergangenheit nicht existiert. Und ich nicht von diesem gegenwärtigen Augenblick in die Vergangenheit hinein leben kann. Das ist nicht möglich. Es gibt keine Zeit. Und jede Erinnerung, die auftaucht, hat nur den einen Sinn und Zweck, sie heilen zu lassen, um mich als geheilt zu erfahren. Wenn ich gestern formuliert habe, dass du, dass wir noch keinen Fehler gemacht haben, dann ist es sehr interessant, die Reaktionen zu beobachten, denn innerhalb des Denksystems des Egos ist es dir nicht erlaubt, keinen Fehler zu machen. Du hast nicht die Erlaubnis, innerhalb des Denksystems des Egos fehlerfrei zu sein. Die Fehler, die gesehen werden, werden verteidigt. Und somit kreuzigen wir uns selbst. Als Ego ist es dir nicht erlaubt, glücklich zu sein. Es ist dir nicht erlaubt, friedlich zu sein. Es ist dir nicht erlaubt, unschuldig zu sein. Als Ego ist es dir nicht erlaubt, eine heilige Beziehung zu führen. Als Ego ist es dir nicht erlaubt, zu lieben, großgeschrieben. Es ist dir wohl erlaubt, zu lieben und dich auch wieder zu trennen, weil du nicht mehr liebst. Das ist dir erlaubt. Alles andere ist dir nicht erlaubt. Und wenn du dir selbst erlaubst, zu lieben, dann wirst du angegriffen von jemandem, der das nicht verstehen kann. Du wirst meist isoliert und fühlst dich unverstanden. Silke und ich zum Beispiel, wir haben uns verpflichtet, eine heilige Beziehung zu repräsentieren. Und als wir diese Beziehung eingegangen sind, waren wir, war es uns erlaubt, uns zu lieben. Das haben wir erfahren bis zu dem Zeitpunkt, als ich für mich festgestellt habe, dass die Erlaubnis des Egos zu lieben immer mehr abnimmt. Es taucht dann eher so, die Erlaubnis auf zu kritisieren, abzulehnen, die Fehler zu suchen und dergleichen mehr. Und da innerhalb des Denksystems meines Egos die Erlaubnis besteht, sich zu trennen, sind solche Gedanken immer wieder mal aufgetaucht. Bis ich dies festgestellt habe, habe ich einige Dinge diesbezüglich erlebt, die, wo ich mich selbst verletzt habe, immer wieder selbst verletzt habe. Und festzustellen, dass wir in keiner persönlichen Liebe sind, sondern in einer allumfassenden, das ist total interessant, denn all die persönlichen Ideen, die wir in dieser Beziehung eingegangen sind, auch mit der Erlaubnis, sich zu trennen und sich nicht mehr zu lieben oder wieder bei Zeiten zu lieben, das anzuschauen, das dem Heiligen Geist zu übergeben. Deshalb sind Beziehungen da. Das führt uns in eine geheilte, vollständige Beziehung, in der wir uns nicht mehr kreuzigen, in der wir uns nicht mehr verletzen, sondern allumfassend schauen. Nicht mehr auf die Fehler, nicht mehr auf die Dinge schauen, die der andere kann oder nicht kann, nicht mehr auf Vergleiche achten, sondern all dies, was sich zeigt und was wir mit hierher gebracht haben bei dieser Inkarnation, all das, was sich zeigt, heilen zu lassen, sodass wir heilen in Beziehungen. Und ich habe es schon einmal erwähnt, wenn die Gesellschaft ja das einzige Problem, das auf dieser Welt existiert, sind die ungeheilten Beziehungen, in denen wir uns kreuzigen, sind die ungeheilten Liebesgeschichten, in denen wir uns erfahren und in denen es erlaubt ist, innerhalb des Egos erlaubt ist, sich zu finden und sich auch wieder zu trennen. Und deshalb sagt uns Jesus, unsere Beziehungen sind verpflichtend, verpflichtend dahingehend, all die Dinge, all die Dinge aufzugeben. Und wenn wir natürlich den Kurs praktizieren, und so wie wir es tun, muss unsere persönliche Liebe schwinden. Und das bringt oftmals eine unsichere Zeit hervor. Wer sind wir dann? Was sind wir dann? Wenn das Persönliche sich transzendiert, wenn das Persönliche plötzlich nicht mehr verfügbar ist und wir vielleicht noch krampfhaft festhalten. Ich habe versucht, wirklich krampfhaft an meiner Persönlichkeit festzuhalten, indem ich nach Fehlern im Anderen gesucht habe, beziehungsweise nach Vergleichen. Zum Glück wurde es entdeckt, denn ich weiß nicht, wie oft ich das schon wiederholt habe. Und zum Glück kann es jetzt in die Heilung geführt werden. Ich möchte mich nicht mehr selbst verletzen. Ich möchte mich nicht mehr selbst kreuzigen innerhalb von Beziehungen. Ich möchte die Verantwortung dafür übernehmen, damit die Verantwortung, die der Heilige Geist für unsere Beziehung hat, verstanden werden kann. Und so gebe ich und so geben wir unsere Beziehung dem Heiligen Geist, der die Verantwortung hierfür hat und uns freudig lenken wird, uns freudig führen wird. Und das sage ich deshalb, damit du erkennst, falls du jetzt gerade in Beziehungen bist, die sich schwierig anfühlen, es muss so sein, weil der unpersönliche Weg, den wir gehen, nichts mehr mit unseren persönlichen Liebesideen oder Freundschaften oder Beziehungen zu tun hat. Noch einmal, innerhalb des Ego-Denksystems ist es erlaubt, als Beziehung zusammenzukommen, sich zu lieben und sich wieder zu trennen. Alles erlaubt. Es ist dir erlaubt, Fehler zu machen und dich dafür schuldig zu fühlen. Aber es ist dir nicht erlaubt, das zu hinterfragen. Und innerhalb des Ego-Denksystems ist es dir nicht erlaubt, der Christus zu sein. Das steht unter Todesstrafe. So sieht es aus. Und wenn wir das nüchtern betrachten, dann können wir eine Entscheidung treffen. Halt, stopp! Diesen Gesetzmäßigkeiten, die ich geschaffen habe, denen möchte ich mich nicht mehr unterwerfen. Ich bin kein Sklave mehr meiner Gesetzmäßigkeiten in Beziehungen, beziehungsweise in meiner Identität. Wenn ich in meiner Identität, in meiner wahren Identität, mich selbst wieder erkenne, als der Christus, dann muss ich mir diesbezüglich schon die Erlaubnis geben und den Gesetzmäßigkeiten des Egos keinen Deut mehr zu glauben. Und natürlich wird diesbezüglich Unverständnis sich zeigen müssen. Das ist doch ganz klar. Weil du die Verbotsschilder nicht mehr beachtest. Weil du die Stoppschilder nicht mehr beachtest. Letztendlich, solange wir dem Ego-Denksystem folgen, folgen wir lauter Stoppschildern. Unseren eigenen selbst auferlegten Grenzen, die uns ständig verletzen beziehungsweise kreuzigen. Halt, stopp! Bis hierher und nicht weiter. Und es sei dir noch einmal in Erinnerung gerufen. Das Ego setzt sich mit dir an diesem Kurs in Wundern und sagt dir, oh ja, das lernen wir. Aber wir werden es nicht verstehen. Wir werden weiterhin die Stoppschilder beachten. Wir werden weiterhin in der Erfahrung begrenzter Liebe verweilen. Darüber gehen wir nicht hinaus. Und heute hörst du etwas, was du vielleicht bisher noch nicht gehört hast. Und das befähigt dich, eine Wahl zu treffen. Die Stoppschilder hinter dir zu lassen, über die imaginäre Grenze hinaus zu gehen und dort allumfassende Liebe, immerwährende Liebe und immerwährendes Glück zu erfahren. Sodass die Beziehung als geheilt erfahren werden kann und noch einmal innerhalb des Denksystems des Egos wird keine einzige Beziehung als geheilt erfahren. Innerhalb unserer persönlichen Idee von Liebe, die wir gemacht haben und deshalb begrenzt ist, kann es kein Glück geben. Und ich weiß gar nicht, wie dankbar ich bin, dies bei mir zu erkennen und mit dir zu teilen. Wie großartig es ist, dies zu erfassen. Und ich weiß nicht genau, wer dies wirklich verstehen möchte. Aber derjenige, der es verstehen möchte, hat hier einen enormen Schlüssel in der Hand, der dich befähigt, die Türe zum reinen Geist zu öffnen, endlich den Schlüssel zu benutzen und den Schlüssel nicht mehr als Stoppschild zu sehen. Unsere nächsten Schritte werden leicht sein, wenn du heute diesen einen tust. von da an gehen wir zügig voran, denn wenn du erst einmal verstanden hast, dass es unmöglich ist, von etwas anderen als deinen eigenen Gedanken verletzt zu werden, dann muss die Angst vor Gott verschwinden. Dann kannst du nicht mehr glauben, dass Angst außen verursacht wird. Und Gott, den du zu verbannen dachtest, kann wieder im Heiligen Geist, den er nie verlassen hat, willkommen geheißen werden. Lassen wir unsere nächsten Schritte leicht sein. Wir wollen nicht mehr schweren Schrittes vorangehen und uns irgendwie durch das Leben schleppen. Kein Stoppschild soll uns mehr aufhalten. Keine begrenzte Idee von Liebe oder von Glück soll uns mehr aufhalten können. Du hast tatsächlich keinen einzigen Fehler gemacht. Und dennoch nutze all die Bilder, die auftauchen auf deinem auf deinem Weg, den du gehst. Friede ist der Weg, Liebe ist der Weg, den ich in Dankbarkeit beschreite. Gehe diesen Weg sanft und lass dich führen und lass dir aufzeigen von dem einen, der dich kennt, was du bist, in deiner wahren Identität. Die findest du nicht innerhalb deiner Grenzen. Das ist ganz klar. Stimmt's? Da müssen wir schon ein wenig Mut und Engagement aufbringen, um uns jenseits dieser Grenzen zu erkennen und auch den sogenannten anderen zu erkennen. Erst wenn du dein Gegenüber erkennst, erkennst du Gott. Erst wenn du dein Gegenüber erkennst, weißt du, was du bist. Aber solange wir unser Gegenüber aufgrund unserer Stoppschilder betrachten, sehen wir doch immer nur ein Stoppschild. Wir sehen doch immer nur unsere eigene Grenze, unsere eigenen Vorwürfe, unsere eigenen Vergleiche. Nur die Selbstankläger klagen an. Nur diejenigen, die sich täglich durch ihre Selbstgespräche selbst verletzen, können überhaupt Verletzung geben. Und so wollen wir still sein und auf die Wahrheit hören und nicht mehr durch unser ständiges inneres Geschwätz von Recht haben und hier und da ist etwas falsch und der hat das gesagt und die hat das gesagt und vor fünf Jahren hast du das getan. Wir können uns wirklich nur selbst verletzen und wir tun dies durch unsere eigenen Gedanken. Und deshalb wollen wir heute wieder wachsam sein gegenüber unseren Gedanken. Alles was aufbindet, Gedanken sind Bilder, die wir gemacht haben. Alle Bilder, die auftauchen, wollen geheilt werden und wir wollen sie dankbar annehmen und nicht mehr in der Anklage. Wir klagen uns doch immer nur selbst an. Um zu verhindern, uns als Christus selbst zu erkennen. Wir wollen es aktiv verhindern. Auch wenn wir jeder Angriff, den wir starten, der soll verletzen. Jedes Urteil, das wir fällen, soll verletzen. Wir können natürlich sagen, dass wir es nicht so gemeint haben. Aber wir belügen uns selbst. Wir greifen an, weil wir es wollen, innerhalb unserer Begrenzungen. Und deshalb erfordert es Disziplin, es erfordert Wachsamkeit und den Mut, ehrlich zu sein, zu sich selbst und dich zu beobachten. Wo greifst du noch an? Oder dich selbst zu fragen, warum möchte ich noch verletzen? Warum möchte ich jemand anderen noch verletzen? Welchen Sinn und Zweck ergibt das? Und bei nüchterner Betrachtung werden wir erkennen, es hat überhaupt keinen Sinn und Zweck, außer den, den ich der Situation gegeben habe, um die Verbotsschilder zu bestätigen. Ja, Ego, du hast Recht, über diese Grenze möchte ich nicht heraus, also hier kann ich nicht vergeben, hier habe ich Recht mit meinen Anschuldigungen und dieses Recht wird verteidigt. Damit die Beziehung wieder endet, damit der Konflikt erhalten bleibt und die Liebe niemals als das erkannt wird, was sie ist. Wollen wir noch Hörige des Egos sein und auf diese Art und Weise in die Welt bzw. unsere Beziehungen schauen? Das ergibt keinen Sinn, stimmt's? Ja, und wie gesagt, es braucht Disziplin, Wachsamkeit und Mut. Und ich kann mir überhaupt nichts vorstellen, was das Ego schneller entmachtet, als dieses, was hier dargestellt wird. Ernsthaft, wenn du dies ernsthaft betrachtest, dann wird dein Ego auf einem unglaublich schnellen Weg entmachtet. Denn jedes Mal, wenn du Vergebung statt Angriff praktizierst, wird ein Stoppschild, das heißt eine Grenze abgebaut. und ich spüre schon in meinem Geist, während ich zu dir spreche, wie die Grenzen dahin schwinden. Eigentlich, wenn ich genau hinschaue, haben sie noch nie existiert. es waren nur Illusionen, Gedankenspiele, Rechthaberei, nichts anderes. Um der Liebe fern zu bleiben, um Heilung nicht anzunehmen, wir müssen nicht geheilt werden, wir müssen sie annehmen. Denn das, was nie krank war, muss nicht geheilt werden. Du warst noch nie krank, also musst nicht geheilt werden, aber solange du glaubst, müsstest geheilt werden, hast du ein neues Stoppschild. Hast du ein Stoppschild wahrgemacht. eine Gesetzmäßigkeit, deren du dich unterworfen hast. Wenn das, was ich tue, wenn ich erkenne, dass das, was ich tue, mir Leid bringt, nichts anderes als Leid und Trennung und weitere Konflikte, wenn ich erkenne, dass ich mir das selbst antue, dann kann ich es auch beenden, stimmt's? Alles, was ich tue, tue ich mir selbst an. Wenn ich angreife, leide ich. Wenn ich jedoch vergebe, wird die Erlösung mir zuteil. Ich bin kein Körper, ich bin wirklich frei. Und ich habe ganz und gar den Eindruck, jeder, der sich mit diesem Kurs in Wundern beziehungsweise dem universellen Lehrplan beschäftigt, kommt irgendwann an diesen Punkt, an diesen Wendepunkt, in dem er ehrlich, diszipliniert und wachsam seine Gedanken beobachtet, weil er sich nicht mehr selbst verletzen möchte. Und ich glaube, du, der mir hier jetzt zuhört, du bist an diesem Punkt angelangt. Danke für dein Lauschen. Lauschen 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 Lauschen